Was glaubt ich im Bett hier alles ab? Viele Typen fragen uns, wie sie eine Frau bekommen, mit der sie einfach entspannten, lockeren Sex haben können. Viele Männer, wenn sie nicht gerade in einer festen Beziehung sind, wünschen sich eine Frau, mit der sie lockeren, entspannten Sex haben können. Viele wissen aber nicht, wie sie da hinkommen oder wie sie die Frau finden. Es fängt alles am Anfang an. Wenn du die Frau kennenlernst, wenn du zum ersten Mal mit ihr redest, zeig ihr, kommuniziere ihr, hey, ich bin ein sexueller Mann. Ich bin ein Mann, der ist stolz auf seine Sexualität, der kann seine Sexualität ausdrücken. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr sagt, hey, du hast tolle Lippen. Oder ihr guckt, was fällt euch an ihr auf, was gefällt euch an ihr, vielleicht hat sie tolle Beine, hey, du hast tolle Beine. Wenn ihr das nicht am Anfang macht, am Anfang setzt man den Rahmen dafür, wie eine Beziehung aussehen soll. Wenn ihr es nicht am Anfang macht und am Anfang setzt man den Rahmen für eine Beziehung, was soll das sein? Freundschaft, Beziehung, Sex. Wenn ihr es nicht am Anfang macht, dann lauft ihr Gefahr, gefriendzoned zu werden. Und wenn ihr einmal in der Friendzone drin seid oder einmal in einem Rahmen drin seid, Freund, Beziehung, Sex, dann seid ihr drin. Es ist sehr schwer, das später nochmal anders zu kommunizieren. Deswegen macht es von Anfang an. Es ist super schwer, gegenüber einer fremden Frau sexuell zu sein. Und ihr solltet es nicht übertreiben, macht es nicht im unangemessenen Rahmen. Aber übt es. Genießt einfach diese Aufregung, bevor ihr was Sexuelles sagen wollt. Und achtet auch darauf, wie die Frau reagiert. Wenn ihr sehr überzeugt seid davon, was ihr sagt, wenn ihr das gut rüberbringen könnt, meistens reagiert die Frau äußerst positiv darauf. Das Problem an der Sache, wenn ihr im Gespräch nicht ausdrücken könnt, dass ihr ein sexuelles Wesen seid, dann könnt ihr später, wenn ihr miteinander schlaft, dann kannst du nicht entspannen, dann kannst du nicht loslassen. Dann hat sie keine gute Zeit, dann hast du keine gute Zeit. Deswegen fang am Anfang damit an. Fang im Gespräch damit an. Sei sexuell von Anfang an. Setz fest, okay, das ist etwas Sexuelles hier. Und dann ist es auch in Ordnung für die Frau. Das ist ungefähr so wie im letzten Video. Der Übergewichtige. Der Übergewichtige, der in Ordnung ist mit seinem Aussehen. Hey, ich bin übergewichtig, das ist cool. Sie ist cool damit. Hey, sexuell sein ist cool mit mir. Dann sagt sie, hey, cool. Sexuell sein ist auch cool mit mir. Wenn euch das Video gefallen hat, und natürlich wollt ihr mehr. Jeden Tag gibt es neue Videos, abonniert einfach unseren Channel. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wenn ihr VIP-Infos wollt, alles wissen wollt, Liked unsere Facebook-Seite und checkt unsere neue Website aus. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Habt ihr noch Fragen, Kommentare, irgendwas in der Art? Bitte alles in die Kommentarbox. Wir lesen jeden Kommentar, beantworten jede Frage gerne. Ansonsten sehen wir uns morgen.